Hey Bo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Speed-Bild von Sims 3 Tierheim. Wir werden heute das Hundehaus umbauen, beziehungsweise das alte Haus von uns werden wir zum Hundehaus umbauen, da wir ja in das größere Haus gezogen sind. Und ja, ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß, aber noch eine kleine Anmerkung. Ich weiß nicht, wann es mit Tierheim weitergeht, da ich mich aktuell darum kümmere, dass Leben beendet wird. Und bis zum Ende des Jahres möchte ich gerne Leben noch abgeschlossen haben. Einfach damit das weg ist, damit wir uns voll und ganz auf Tierheim konzentrieren können. Theoretisch soll dieses Video hier am 12.12. hochgeladen werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich am 12.12. kommt. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nicht, dann tut es mir leid für die Verspätung. Ich baue das Haus jetzt auf jeden Fall erstmal um. Und ja, wann es mit Tierheim weitergeht, weiß ich noch nicht. Es würde aber auf jeden Fall mit Tierheim weitergehen. Ich habe noch so ein paar Ideen, die ich gerne noch umsetzen möchte. Tierheim ist nicht in Vergessenheit geraten. Es ist einfach nur so, dass ich gerade nicht so den Kopf und die Zeit für Sims habe. Beziehungsweise jetzt mir erstmal vorgenommen habe, dass ich jetzt erstmal Leben abschließen werde. Weil ich mich dann erstmal wieder voll und ganz auf Tierheim konzentrieren kann. Bevor wir dann irgendwann nächstes Jahr gegen Hebror oder so uns in ein anderes Projekt mit den Figuren aus Leben stürzen werden. So, genug gequatscht. Jetzt lasse ich euch in aller Ruhe das Speedbit gucken. Viel Spaß! Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020